Morgen ist die letzte Generalprobe von Hertha BSC, denn Hertha BSC trifft dort auf West Bromwich im letzten Spiel des Trainingslagers in England. Und dann ist nur noch eine Woche Zeit bis zum Pokalspiel gegen Braunschweig und der Kader ist noch lange nicht fertig. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute gehen wir natürlich mal wieder die neuesten Transfer-News rund um Hertha BSC durch. Ich werde dazu natürlich mal wieder meine Meinung sagen. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und starten sofort rein mit Transfer-News Nummer 1 und sprechen ganz kurz über Jonas Michelbrink. Jonas Michelbrink ist Teil unserer zweiten Mannschaft und die BILD hat heute frisch berichtet, dass Jonas Michelbrink wohl vor einer Laie steht. Denn bei Hertha BSC sieht man keinen Sinn mehr darin, den 21-jährigen deutschen Spieler, der bereits schon in der Bundesliga für uns debutiert hat, natürlich in der zweiten Mannschaft, das heißt in der Regionalliga quasi stecken zu lassen. Für ihn wird es wichtig sein, dass er in Zukunft natürlich auch Spielpraxis sammelt und das auf höherem Niveau. In seiner Entwicklung macht es vorerst keinen Sinn mehr wieder auf diesem niedrigen Niveau, also diesem vergleichsweise niedrigen Niveau der Regionalliga sich zu vergleichen, sondern er soll in die dritte, wenn nicht sogar in die zweite Liga ausgeliehen werden, um dort Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und um dort eben auch die nächsten Schritte zu gehen, um dort natürlich auch sich gegen stärkere Gegner zu beweisen. Also es gibt verschiedene Drittligisten und ausländische Erstligisten, die Interesse an einer Laie von Jonas Michelbrink haben. Ich denke mal, das ist der richtige Schritt. Ich denke mal, bei Jonas Michelbrink haben wir alle schon mal teilweise gute Leistungen gesehen und in der Regionalliga überzeugt er auch zum Beispiel, hat er in bereits 42 Regionalliga-Einsätzen drei Tore und acht Vorderungen gemacht und ist vor allem auch in unserer Jugendabteilung richtig, richtig gut aufgefallen. Und wir wissen, dass er ein richtig guter Spielmacher sein kann und ich glaube auch, dass ihm eine Laie richtig gut tun wird. So, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal und machen Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und es sollte euch hier heute dieses Video gefallen, lasst gerne ein Like da und jetzt kommen wir mal wieder und sprechen ganz kurz nochmal über Christoph Piontek. Christoph Piontek ist unser zweiterste Einkauf der Vereinsgeschichte von Hertha BSC und kürzlich sagte Freddy Bobic in einem Interview, worauf ich nochmal nachher genauer eingehen will, dass Christoph Piontek jetzt zulegen müsse und betonte auch, dass Christoph Piontek sehr gute Abschlussqualitäten hat, dass er jetzt besser zum neuen Schwarz-Fußball passt. Das heißt, von dem neuen, von Sandro Schwarz angefertigten Pressing-Fußball, dort passt er besser in die Taktik rein und wird deswegen vielleicht sogar bei Hertha BSC bleiben. So sah es gestern aus. Heute kam ein neuer Bericht rein und zwar von Transfermarkt, dass der Angreifer, der im Jahr 2022 für 24 Millionen Euro zu uns gekommen ist, möglicherweise vor einer erneuten Leihe steht und das ist katastrophal. Der Verein, der daran interessiert ist, ist Saladin Tata und dafür hatte ich schon bereits vor knapp zwei, drei Tagen darüber berichtet, dass hier momentan Verhandlungen laufen. Christoph Piontek ist Leihrückkehrer und war in der vergangenen Saison vom AC Florenz dementsprechend ausgeliehen worden. Dort hat er teilweise performt, teilweise war er dort eben auch nur Rotationsspieler und er hat in 18 Profi-Einsätzen für den AC Florenz sechs Tore erzielt und war dort aber teilweise echt schwach unterwegs und offenbar gibt es momentan eine Option, dass er zu US Saladinatina wechseln könnte. So berichtet nicht nur Transfermarkt, sondern auch Gianluca di Massino, das ist ein ganz bekannter italienischer Journalist. Und er berichtet zusätzlich auch, dass es momentan schon eine Einigung zwischen Christoph Piontek und den Italienern gibt und jetzt muss eine Lösung für beide Vereine gefunden werden. Und im Raum steht eine weitere Leihe für Piontek. Und wie es momentan heißt, laufen die Verhandlungen momentan noch darüber, wie hoch die aktuelle Leihgebühr aussieht und natürlich auch wie viel Gehalt natürlich noch weiterhin von Hertha BSC bezahlt wird. Und dem Bericht zur Folge könnte dieses Gehaltsbudget tatsächlich noch sehr, sehr uns auf die Füße fallen. Man muss grundsätzlich sagen, US Saladinatina hat einen neuen Investor. Der hat bereits schon 40 Millionen Euro in den Verein investiert und könnte möglicherweise natürlich auch noch ein bisschen mehr investieren. Aber diese 40 Millionen Euro wurden schon größtenteils in den Verein investiert und natürlich auch schon dementsprechend in Transfers investiert. Und zwar hatte zum Beispiel US Saladinatina bereits schon in diesem Sommer einen Transfer über 7 Millionen Euro getätigt und bereits einen anderen, der auch wieder 5 Millionen Euro kostet hat. Und grundsätzlich muss man eben sagen, dass es nicht klar ist, wie viel Geld der Verein noch in die Hand nehmen wird. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass der Verein nach den Abgängen in der Offensive auf der Suche ist nach einem neuen Top-Stimmer. Sie suchen genau einen Knipser, denn natürlich sind sie als eher schwächere Vereine in der Serie A natürlich auf so ein Knipser-System genau ausgelegt. Sie haben genau ein Flügelspielersystem, sie haben überlaufende Außenverteidiger und schaffen es eigentlich sehr gut, in diesem Umschaltfußball, den sie ja meistens spielen wollen, tatsächlich Christoph Biontek gut einzubinden. Und so ist auch Christoph Biontek gewillt, den Verein zu verlassen und natürlich dementsprechend sich Saladinane anstehen. Und ich würde es vorstellen von Hertha BSC überhaupt nicht verstehen. Es wird noch viel Bewegung in die Transferphase reinkommen, aber an sich wäre es halt so, dass wir kaum Geld kriegen würden, dass wir am Ende dastehen mit möglicherweise einem ganz schwachen Biontek am Anfang der nächsten Saison und dass wir uns jetzt, weil wir ja kein Geld kriegen aus dieser Laie, natürlich dementsprechend auch natürlich keinen Ersatz leisten können. Das heißt, wenn es ganz übel läuft und wir dieses Geld nicht reinvestieren können, dann stehen wir am Anfang der Saison mit einem Davy Selke im Sturm da und das können wir uns nicht erlauben. Ich finde, es macht momentan keinen Sinn, ihn zu verleihen. Vor allem macht es keinen Sinn, wenn man immer noch weiterhin einen Großteil seines Gehalts übernimmt und der nächstes Jahr möglicherweise mit niedrigem Waagwert hier wieder auf der Matte steht und genau dieses Problem noch größer ist als so. Also meiner Meinung nach, wie soll, wäre dieser Transfer von Christoph Biontek eindeutig nicht das Richtige. Aber wir haben natürlich wieder nicht den kompletten Blick rein in die Verhandlungen. Wir haben bereits schon beim Alderete-Transfer gemerkt, dass es ein unglaublich sehrer Transfermarkt ist und dass wir momentan richtige Probleme auf dem Transfermarkt haben. Es ist aber eben so, sollte Christoph Biontek den Verein verlassen und so sieht es halt momentan aus, ist mit Ludovic Ajorke natürlich auch ein Nachfolger bereits ins Visier genommen worden und da gab es bereits auch schon Gespräche. Aber die Frage ist, wie man diesen Nachfolger finanzieren soll, wenn man dementsprechend kein Geld mit dem Christoph Biontek abgemacht hat. Dann sollte man möglicherweise auf Christoph Biontek, und das sage ich als eigentlich ein, ja, wirklich Skeptiker gegenüber Christoph Biontek, dass wir dann doch Biontek behalten sollten. Ja, weiterhin hat sich Freddy Bobic natürlich auch gestern einem ganz großen Interview gestellt. Man hat gestern sehr viel mit Freddy Bobic gesprochen, man hat über die Neuzugänge gesprochen, zum Beispiel über Ivan Sunic und John Joe Kenny, wo er ganz klar auch eine Meinung vertreten hat. Ich denke mal, heute ist ein guter Zeitpunkt, einfach mal raufzuschauen, was hat Bobic gesagt und was bedeutet das noch für die jetzt folgende Transferphase. Und zwar hat sich Freddy Bobic über die Neuzugänge Ivan Sunic und John Joe Kenny geäußert. Nämlich hat er gesagt, dass die beiden Neuzugänge von ihrer Art eine absolute Bereicherung sind, dass Ivan Sunic natürlich auch eine Top-Qualität mit sich bringt und eine Mentalität hat, wie kaum ein anderer. Er klaut die Bälle, er foult, wenn es nötig ist und er ist wahrscheinlich momentan tatsächlich, das habe ich sogar nicht eingeschätzt, tatsächlich auch ein guter Transfer gewesen. Er ist sehr sicher im Aufbauspiel und man ist von ihm tatsächlich überzeugt in Berlin. Und ich bin es tatsächlich auch, die Testspiele von Ivan Sunic sahen bis hierhin wirklich sehr, sehr gut. Und John Joe Kenny ist auch sehr, sehr gut. Er hat ein hohes Tempo, er hat eine tolle Qualität, er hat eine Ballsicherheit und ich finde auch John Joe Kenny ist ein richtig guter Mann. Und auch natürlich Lüke Bakio wird gelobt. Lüke Bakio und Müjian Maridar seien laut Freddy Bobic, so hat er es in dem Interview geäußert, die absoluten Gewinner der Vorbereitung. Lüke Bakio haut sich rein, bleibt weniger liegen als früher und Freddy Bobic hat ihm immer gesagt, dass er selber sein größter Gegner ist. Und das ist extrem krass und vielleicht möglicherweise könnte das natürlich dementsprechend, ja, erstmal eine Marschroute für die kommende Saison angeben, dass man mit Lüke Bakio weiterhin plant. Aber wenn wir mit Lüke Bakio planen, dann planen wir mit einem anderen Flügelspieler nicht mehr. Und zwar mit Dong Zhongli. Dong Zhongli hat sich beim Comeback gegen Nothing and First erneut im Adaktorenbereich verletzt und da hat Freddy Bobic sich wie Volk zugeäußert. Zitat, da machen wir uns intern Gedanken. Das ist sehr ärgerlich. Da wusste ich beim ersten Sprint gestern schon, da da etwas passiert ist. Das darf nicht passieren. Da müssen wir uns intern dann fragen, ob da alles richtig läuft. Das werden wir auch. Das ist schade für den Jungen. Er muss noch ein paar Kleinigkeiten lernen, aber er ist schnell in der Auffassungsgabe. Er hat Speed, das tut uns gut. Er ist ein Plusspieler, der uns beleben kann. Und jetzt müssen wir schauen, dass er schnell wieder zurückkommt und stabil bleibt. Und das, finde ich, hört sich extrem krass an. Dass man sich selbst schon intern Gedanken darüber macht, ob der Transfer von Dong Zhongli natürlich auch sinnvoll ist. Man muss es eben sagen, Dong Zhongli ist unleugbar einer unserer schwächsten Spiele allgemein. Dong Zhongli hat in vier Bundesliga-Einsätzen nicht einmal, nicht mal eine Minute lang seine Bundesliga-Qualität bewiesen. Und er ist bisher nur negativ mit Verletzungen aufgefallen. Und ich finde, Dong Zhongli war mit einer der schwächsten Transfer der Unterbruch allgemein. So ein schwacher Spieler habe ich selten gesehen, wo man die Qualitäten von ihm komplett fehl eingeschätzt hat. Natürlich, er muss sich an die Bundesliga anpassen und ich gebe ihm auch alle Zeit der Welt dazu. Aber wenn man jetzt ein Fazit fällen würde, dann würde dieses Fazit ganz miserabel ausfallen. Aber Dong Zhongli gebe ich die Zeit, sich noch zu entwickeln. Denn möglicherweise, wenn er muskulär zulegt, dann könnte es ja möglicherweise doch noch was werden. Aber momentan ist das ein Katastrophentransfer gewesen. Und jetzt, habe ich es bereits schon angedeutet in den vergangenen Minuten, Freddy Brobic hat sich auch über den Transfer-Fakt geäußert und hat natürlich auch über die Transfers an sich gesprochen. Er hat nämlich gesagt, Zitat, Ich führe unheimlich viele Gespräche. Es ist brutal zäh. Es gibt viele Wenns und Abers. Es gibt Champions League Clubs, die mit Millionen um sich schmeißen und die Engländer. Ansonsten ist es für die normalen Clubs eine extrem zäh Geschichte. Vielleicht wird es hinten heraus noch etwas wild. Es wird eine kurze Hinrunde, in der es Schlag auf Schlag geht. Es ist nicht einfach, aber ich finde, wir waren schon gut unterwegs. Wir haben viele gute und kreative Lösungen gefunden und Kreativität ist gerade angesagt. Und das ist extrem krass. Wir haben, was den Transfermarkt angeht, momentan eine komplett andere Situation. Wir wissen ja, Freddy Brobic geht das alles sehr, sehr sparsam an. Er versucht, das Beste rauszuholen, aber wird dazu kreative Lösungen, wo man aber natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringt. Er verkauft viele Spieler und kauft teilweise bittig neue Spieler ein, die aber, sag ich mal, nicht so bei uns gut funktionieren. Und diese Transfer-Methodik, die er bei uns anwendet, funktioniert bei uns nicht so gut. Aber er hat ganz klar gesagt, man müsste das Transferfenster ändern, aber das kriegt man europaweit nicht hin. Das ist momentan natürlich auch ein europaweites Problem. Und das ist noch natürlich die Folgen der Corona-Pandemie, der Maßnahmen zu spüren sind. Und das ist natürlich, dass sich jetzt auch uns auswirkt. Und dann unsere katastrophalen letzten Saisons machen. Und es ist schwierig, momentan eine Transferphase natürlich auch mit Bravour zu erledigen. Unsere finanzielle Lage fordert Kreativität. Und ob wir diese Kreativität bei Boge auch sehen, da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, dass er es irgendwie hinkriegen wird, weil bisher ist die Bilanz... Ja, geht so. Es ist bisher ein Geht-So, würde ich sagen. Na gut, an dieser Stelle beende ich aber dieses heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es natürlich wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Bis dahin wünsche ich euch allen einen traumhaften Tag. Wir sehen uns, genießt den Abend und tschüss. Wir sehen uns, genießt den Abend.